Die Mega-Highlights im Herbst. Ihr scheiß Jugendliche immer mit eurem Handy. Mit Public Comedy. Ich bin gleich wieder da. Ich kette dich jetzt mal hier an, Schatz. Können Sie mal auf meine Freundin aufpassen? Die muss jetzt hier warten. Und die neuen Grand Theft Auto-Parodien. Und viele mehr. Ab 27. Oktober. Endlich. Aus der Pause zurück. Es geht weiter mit Comedy-Export. Ab dem 27. Oktober. 20.15 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Garbage. 's. Untertitelung des ZDF, 2020